Vielen Dank. Das ist nachher der Vorteil, dass du länger und länger frisch bist. Aber das ist einfach mit der langen Zeit geführt. Aber das kriegst du auch mit Hefe. Wenig Hefe. Du musst einen Hebel machen und einen Tag vorher ansetzen. Dann machst du nochmal zwei in der Zeit und wenig Hefe. Du musst einfach mit der Zeit haben. Im nächsten Mal. In der Zeit, wir werden die Zeit verbeten, das er den Schuss im Giao, und andere, dass wir also bei einem Netzwerk glätten. Denn die Zeit, wir werden in Giao, einen scherzlichen Meinungen, und die Zeit, in uns auf der Zeit,